Willkommen zu den Sunnyheat Video Tutorials. In diesem Video dreht sich alles um die Sprache. Wo finde ich die Spracheinstellungen? Die Spracheinstellungen sind im Menü unter Allgemeines, Sprache zu finden. Mit den Pfeiltasten kann man ein Menü nach unten oder nach oben gehen. Die gewünschte Sprache kann mit einem Tippen auf den Spracheintrag ausgewählt werden. Die Sprache ist nun aktiv. Die aktive Sprache wird durch einen Haken markiert. Durch mehrmaliges Drücken der Zurück-Taste kommt man wieder zur Hauptanzeige. In diesem Video wurde die Sprache von Deutsch in Englisch geändert. Mit der Spracheinstellung ändert sich gegebenenfalls das Dezimaltrennzeichen. Wir sind nun am Ende dieses Tutorials angekommen. Das Team von CreaSystems sagt Danke fürs Zuhören. Mehr Informationen über Sunnyheat gibt's auf Sunnyheat.de.